Heute geht es um Parabelschar und Trägergraf. Trägergraf muss ich euch vertrösten, das gibt es erst am Ende. Parabelschar, das ist das mit dem wir ganz starten, das steht auch schon hier oben. Eine Parabelschar erkennt man daran, dass es eine ganz normale Parabel ist mit x² und x, aber dass noch eine zusätzliche Variable drin vorkommt, in dem Fall das a. Das heißt wir haben das a vor dem x und wir haben das a hinten bei dem Term, wo kein x vorkommt. Also eine zusätzliche Variable und was man damit anstellen kann und wie man das ganze Zeichnerisch darstellen können, das zeige ich euch jetzt. Also im Endeffekt ist es ja nichts anderes als sehr viele Parabeln, also eine Schar. Ich kann nämlich für das a verschiedene Werte einsetzen und das Ganze zeichnen. Ich habe das Ganze mal mit GeoGebra gemacht und will euch das Ganze anzeigen. Also hier haben wir diese Parabel eingeben, y ist gleich x² minus ax plus 3a und ich habe hier einen Schieberegler von 0 bis 12 gestellt. Und jetzt sehen wir ja schon, was passiert, wenn ich diesen Schieberegler verende, ändert sich die komplette Parabel. Schaut mal genau zu, was hier passiert. Eigentlich müssen wir doch jetzt sofort erkennen, was diese Parabeln jetzt für einen Weg beschreiten. Ich mache es mal ein bisschen deutlicher und nehme mal die Spur auf, das heißt, wie die sich bewegen. So schaut das Ganze aus. Das sind also ganz viele Parabelscharen. So, die allerdings, und da können wir schon mal die Vermutung aufstellen, alle selber wieder auf einer Parabel liegen. Das werden wir uns dann nachher nochmal anschauen. Zuallererst müssen wir herausfinden, überhaupt, was wir über diese Parabel zeigen können oder machen können. Zeichnen können wir sehen. Wir können ja zum Beispiel für a1 einsetzen und haben eine ganz normale Parabel zum Einzeichnen. Was wir aber noch, das habe ich jetzt hier schon mal gemacht, also eingezeichnet für 1, für 0, für 1, für 2, für 3, für 4 und für 5. Jetzt ist die Frage, was können wir denn noch über diese Parabel so im Allgemeinen bestimmen? Wir kennen doch die Formel vom Scheitel. Wir wissen doch, dass Minus, und oben steht dann das b durch 2a, das können wir doch den Scheitelpunkt berechnen. Das b ist in dem Fall Minus a, also das, was vor dem x steht, also schreibe ich das hier oben hin. Das a hier unten, also aufpassen, dass man nicht a und b verwechselt, das a ist ein anderes, 2 mal 1. Hier steht das, was hinten steht, also das c nennt man das ja, 3a Minus, hier oben das Minus a in Klammern zum Quadrat durch 4 mal 1. Ist ja nichts anderes als die Scheitelform. Das heißt, wenn ich das jetzt noch zusammenfasse, kann ich die Scheitelpunkte wie folgt darstellen. 0,5a sind die x-Koordinaten und 3a minus 0,25a² sind die y-Koordinaten. Das sind quasi meine Scheitelpunkte in Abhängigkeit von diesem a. Und jetzt muss ich nicht, um die Scheitelpunkte zu berechnen, jedes Mal das Ganze in die Scheitelform einsetzen, sondern ich kann jetzt direkt hier einsetzen. Das ist mein großer Vorteil. Das heißt, setze ich hier für a 0 ein und hier 0 ein, kommt der Punkt 0,0 raus. Setze ich 1 ein, kommt 0,5 mal 1. Hier 3 mal 0,5 minus 0,25 mal 1 Quadrat gibt minus 0,25 zusammen. Das heißt, wir haben hier 2,75. Wenn ich 2 einsetze, kommt hier vorne 0,5 mal 2 gleich 1 raus. Hier kommt 6 raus und 2 zum Quadrat gibt 4 mal 0,25 gibt 1. Also 6 minus 1 gibt 5. Das gleiche passiert mit S3 und S4, S6, S7. Das sind jetzt die Scheitelpunkte, die ich mal gemacht habe. Der Vorteil war also, einmal die allgemeine Form aufgestellt und schon konnte ich alle Scheitelpunkte direkt daraus ablesen und damit natürlich auch die Scheitelpunkte einzeichnen. Was wir hier jetzt schon sehen ist, dass alle diese Punkte auf einem Graphen liegen. Das heißt, das ist das sogenannte Trägergraph. Wir haben hier lauter verschiedene Parabeln. Eine Parabel Schar. Ich habe da jetzt mal nur ein paar Beispiele rausgekriegt. Im Endeffekt liegen da unendlich viele dazwischen und auch rechts geht es unendlich weiter. Und alle diese Punkte oder alle diese Scheitelpunkte liegen auf dem sogenannten Trägergraphen. Die Frage ist jetzt nur, wie ermitteln wir den Trägergraphen? Also wie kommen wir auf die Parabelgleichung dieses Trägergraphen? Dazu müssen wir uns nochmal den Scheitelpunkt anschauen. Das hier, 0,5a, ist doch die x-Koordinate. Also die x-Koordinate von meiner Parabel ist 0,5a. Die y-Koordinate meiner Parabel ist 3a-0,25a². Warum schreibe ich das Ganze jetzt so? Weil ich damit substituieren kann. So nennt man das. Jetzt kann ich doch diese erste Gleichung umformen nach a. a ist gleich 2x. Und jetzt habe ich etwas, wo ich diese Gleichung mit x verwandeln kann. Ich kann dieses a da einsetzen. 3 mal 2x gibt 6x. Und hinten für das a setze ich auch 2x ein, muss ich es dann halt noch quadrieren. Also quasi aus der Gleichung habe ich das hier eingesetzt. Und jetzt kann ich auflösen. Das vorne gibt 6x und das da hinten gibt minus x² oder andersrum geschrieben minus x² plus 6x. Und das ist das sogenannte Trägergraph. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass wenn eine zusätzliche Variable in der Parabelgleichung steht, dass eine Parabel schade ist. Also unendlich viele Parabeln. Und diese Parabeln kann man zeichnen. Die Scheitelpunkte liegen dann häufigerweise auf einem sogenannten Trägergraphen. Das heißt wieder auf einer Parabel. Und um diesen Trägergraphen zu ermitteln, müssen wir erstmal in Abhängigkeit den Scheitelpunkt berechnen, den dann mit x- und y-Koordinate versehen und daraus die Trägergraphengleichung bestimmen. Etwas kompliziert und zum Zeichnen auch richtig, richtig anspruchsvoll. Ihr dürft aber, wenn ihr wollt, das Ganze mit GeoGebra machen und das Ganze im Internet abspeichern oder lokal speichern und dann entweder ausdrucken oder als Link in euer Heft versehen. Ihr braucht es nicht zeichnen. Aber eins muss drin sein. Entweder eine Zeichnung, die sehr aufwendig ist, oder ein GeoGebra Ausdruck. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.